Alex, da unten sagte Alex, where you from? War bei meinem Akzent leicht zu hören, von Germany. Okay, sagte Alex, denk dir jetzt mal irgendwas aus, wovon du sehr überzeugt bist. Da brauchte ich nicht lang. Hab gesagt, in good old Germany gibt es German Autobahns. Auf German Autobahns ist freie Fahrt für freie Bürger. Und meine Fahrphilosophie ist, put the pedal to the metal. Gas bis Anschlag. Und dann hab ich mich so triumphierend dahin gesetzt und hab zudem gesagt, so, und jetzt überzeugen Sie mich mal, dass wir in Deutschland ein Tempolimit brauchen. Sagte Alex, fährst du diese steilen Ziehwege auch runter? Ich sag, ja. Sagte er, fährst du da ähnlich schnell wie im Auto? Ich sag, ja. Sagte er, okay. Die folgende Situation. Du kommst dann nach unten, fährst diesen Ziehweg runter und auf einmal macht er eine ganz scharfe Kurve. Auf dieser Kurve spiegelblankes Eis und dahinter ein Abhang. Hunderte Meter tief. Und auf dieser Eisfläche eine Mutter mit drei kleinen Kindern, alles Ski-Anfänger, die im Flugbogen ganz ängstlich über dieses Eis Richtung Abhang rutschen. Und was machst du? Ich denk, blöder Kerl, dann lass dir bremsig ab und lass die Mama mit den Kids fahren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.